Ne, Leckereien wollen sie auch nicht. Was hat es mit den Schriftzeichen hier auf sich? Eine Steinplatte mit Schriftzeichen in drei verschiedenen Sprachen. Ich kann keine davon lesen. Achso, genau, das war ja die Gebrauchseinweisung von der Pyramide. Das heißt, das haben wir im Prinzip alle schon benutzt. Wir müssen noch gucken, was wir mit dem Empfängerspiegel denn machen. Und vor allem mit den Süßigkeiten, die haben wir jetzt ja neu. Ich denke mal, die müssen wir noch benutzen. Können wir dem Vieh das vielleicht geben, dass es hyperaktiv wird? Achso. Ja, entkleide dich mal hier. Also nicht komplett, nur die Verkleidung. Und neuer Kurs einschlagen. Das heißt, soll ich nochmal in die Wüste? Wüste, Wüste, Wüste. Hier waren wir. Ich würde in die Wüste gehen. Ehrlich gesagt. Er rennt da mal mit seiner Verkleidung rum. Ja, finde ich ja schön. Warum haben wir denn das geletternd jetzt? Laut Gebrauchsanleitung gibt es eine Stelle, die... Aber ich kann nicht einfach... Das haben wir, wir haben die doch schon geöffnet. Ich habe mich nur gewundert, warum der Hotspot hier noch vorhanden ist. So, Vieh, ich komme mal mit hier. Also, die Mumie darf gerne mitkommen. Wir haben hier einige Sachen zu machen. Mauerstück, Fallgrube, Felskugel. Selbst wenn ich über diese Fallgrube komme, spätestens bei der Steinkugel ist Schluss. Die Kugel sollte den Eingang zur Grabkammer nur im Notfall blockieren. Ich schätze, Mortimer hat die Falle ausgelöst, als er sich hier umgesehen hat. Können wir die Hand da irgendwie benutzen? Überhaupt irgendwo hier. Ah, stecke Huru Randolph ins Loch. Natürlich. Natürlich. Aha. In Ordnung, Randolph. Auf dich wartet eine ehrenvolle Aufgabe. Ich glaube... Zieh am Hebel. In Ordnung. Bleib so. Wir holen dich nachher da raus. Ich glaube nämlich... Können wir jetzt da rein? Die Tür hat sich einen Spalt geöffnet. Aber der Mechanismus scheint defekt zu... Sie hat sich überhaupt nicht geöffnet. Das hätte es wahrscheinlich machen sollen. Ja, hätte es sehr. Können wir die Tür aufstemmen? Ah. Schiebe den Hebel zur Seite. Haben wir das vorher auch schon mal gemacht? Ich glaube nicht, ne? Was ist denn? Was war das denn? Geht's dir pass? Ja. Wir haben den nur betrachtet. Ach, da kommen wir hier. Das ist eine Falle. Okay. Oh. Ähm. Schwere Holzplanke. Guck mal hier drin nicht benutzen. Ich hatte ja die Vermutung, dass wir hier, dass das Rad laufen muss, damit man hier spielen kann. Geht's dir, Luca? Das sieht auch noch ein bisschen bescheuert aus. Jetzt könnte man, glaube ich, spielen. Allerdings kann Nate hier gerade mal nicht... Achso, noch läuft es. Achso. Geht's dir pass? Ich finde das lustig aus. Vor allem machen die Hasenohren das nicht unbedingt besser. Ähm. Betrachte das kleine Loch in der Wand. Warte mal. Müssen wir die Hand vielleicht... Warte mal. Kommen wir nicht zu... Nee, jetzt zieh mal eben. Nein. Hier, komm, bleib hier. Zu Nate. Ähm. Kann er die Hand hier wieder rausziehen? Nee, jetzt haben wir ja da gar nichts mehr mitzumachen. Mist. Mhm. Das ist ein schönes Horn. Ja. Genau, das mache ich auch ständig. Wenn mir langweilig ist. So. Ähm. Meißel. Achso, können wir die Hand vielleicht nur rausziehen, wenn wir da draußen sind oder so? Nee. Nicht, dass die Hand jetzt komplett hier, äh, äh, unbrauchbar ist. Ich hätte sonst gesagt, dass man vielleicht auch von der anderen Seite aus ähm, da in das Loch reingreifen müsste. Die Tür hat sich ja einen Spalt geöffnet. Hm. Kann das Väter nicht dran vorbei? Ja, sehr gut. Ja, du bist tot. Ich weiß. Ja, du bist tot, ich weiß. Hm, okay, okay, okay. Das bringt uns nichts. Ins Dunkel kann er auch nicht schauen, oder? Äh, äh. Äh, äh. Grünsel, oh. Loxig. Ja. Was auch immer. Ähm. 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 Empfängerspiegel. Was müssen wir denn jetzt machen mit... Hier war ja auch sonst nichts unten, ne? Können wir da nicht... Können wir da nicht... Können wir da nicht... Pyramide. Können wir da nicht irgendwie Licht ins Dunkel bringen? Durch die Spiegel vielleicht? Dass man da Licht umleiten kann? Schade. Ich hätte gedacht, dass man quasi, ähm, hier den Spiegel aufstellen kann, weil die Sonne hier hinknallt. Und drinnen lässt man dann das Licht aus dem Spiegel wieder raus. So als Verbindung. Aber offenbar nicht. So wie ich dachte. Schade. Ich will jetzt nicht schon wieder festhängen hier. Einfach mal alles probieren hier. Sollte aber eigentlich nichts von funktionieren. Es ist da, ne? Genau. Jetzt nicht. Vielleicht später. Ja, ist ja gut. Vielleicht meinen kannst du die auch nicht... Nee. Ähm. Oh. Hm. Das bleibt auf jeden Fall drin, die Hand hier. Was uncool ist. Es sei denn, wir müssen drinnen was machen und von draußen gleichzeitig auch so. Mauerstück. Aber, hm. Vielleicht können wir das Brett hier mal wieder übergeben. Dass wir sagen, hier kommen. Gib ihm das mal. Nicht reden. Geben. Danke. So, das Brett. Vielleicht. Vielleicht brauchen wir das hier. Danke. Vielleicht braucht er das. Kann man das hier rüberlegen? Lege das Brett über die Pfeilgrube. Haben wir, glaube ich, schon mal geguckt, ne? Das Brett ist nicht lang genug, um damit die Grube zu überbrauchen. Schräg reinlegen will ich es auch nicht. Das haben wir schon mal probiert. Stell mir die Tür auf. Ah, vielleicht können wir das machen jetzt. Das wäre doch mal sinnvoll. Vielleicht kann ich die Tür mit der Planke aufhebeln. Nein, keine Chance. Was verstehst du schon davon? Abgesehen davon, dass ich diese Pyramide mitgebaut habe. Hm. Das ist dein Argument. Ja, aber die ist doch schon halb geöffnet. Kann das Vieh das nicht machen von innen vielleicht? Nee, kann das Vieh das nicht überhaupt irgendwie machen? Na. Hier. Gib dem Vieh das Ding. Hier. Für dich. Ich habe es praktisch gefunden, wenn man mit dem Item direkt das hier oben anklicken kann. Dass man das da so rübergeben kann. Hm. Mit der Planke. Lege das Brett über die Pfeilgrube. Macht er das? Nö. Offenbar nicht. Hm. Dann zurückgeben hier. Danke. Scharfer Meißel. Scharfer Meißel. Warum ist es wichtig, dass das Ding scharf ist? Können wir da nicht irgendwelche Sachen reinmessen? Warum geht das denn hier in die Steintafel? Warum geht das nicht? Wir gehen nochmal da rein. Das dauert leider immer ein bisschen. Wenn hier Übergangsanimationen sind, dann dauert das leider ein bisschen, dass man in den Raum kommt. Da kann man nicht einfach doppelt klicken und dann ist man da. Ähm. Laufen. Wie öffnet die Steintruhe? Was ist das für eine Steintruhe? Ja. Drücke die richtigen Knöpfe. Laufen. Laufen. Achso. Öffnet die Steintruhe. Okay. Äh. Was sind die richtigen Knöpfe? Das ist die Frage. Ich weiß es gerade mal nicht. Warum kann der nicht durch? Da würde ich durchkommen vielleicht. Eventuell. Können wir dem Vieh das nicht irgendwie zurufen jetzt, was er da zu machen hätte oder so? Mauerstück-Fallgrube. Ich schätze, dass die Grube früher mit dünnen Holzbrettern oder der Morte mal oder... Hm. Dieser Teil der Säule schnellt hervor, wenn man einen Mechanismus im Boden auslöst. Okay. Bist du sicher? Ja, bin ich. Hm. Ich würde ja rüberspringen, aber... Ich weiß nicht, ob es auf der anderen Seite der Druckplatte eine weitere Falle gibt. Wir haben doch einen, äh, Ortskundigen dabei. Dieser Teil der Säule... Bist du sicher? Ähm... Was müssen wir da machen mit... Klemme das Mauerstück fest. Geht das? Okay. Hm. Kann man hier aus das Brett darüber legen? Das Brett ist nicht lang. Nee, auf mein nicht. Ähm... Hm. Die Kugel muss Tonnen wiegen. Gibt es keinen anderen Eingang zur Grabkammer? Grabkammer? Ah. Irgendwie muss ich sie wegbekommen. Ha. Können wir die vielleicht hebeln? Nee. Können wir anscheinend... Nicht. Warum nicht? Können wir die vielleicht wegpflanzen hier? Mit... Süßkram vielleicht. Vielleicht können wir die behämmern. Ja, offenbar nicht. Ähm... Warum eigentlich nicht? Das ist mal die große Frage. Können wir nicht von hier einfach darüber? Das Brett ist nicht lang und schräg. Ja, ist ja gut. Ähm... Achso, wir haben es ja festgeklemmt, ne? Gibt es der Pust? Okay, das hat nicht funktioniert. Also, dass es hier zusammenhängt. Offenbar nicht. Äh... Betragte Löcher in der Wand. Ah, Moment. Kann man die... Wir haben noch diesen... Kann man die vielleicht mit dem Süßkram vollstopfen? Weil das ist ja so meist eher doch ein bisschen schleimig-gummiartiges Zeug. Vielleicht geht das ja. Einige sagen, das Auge esse mit. Aber meine Erfahrung ist, dass der Mund mehr essen kann, wenn man das Auge außen vor lässt. Vielleicht stimmt das auch nicht. Ich meine, im Prinzip würde ich da gerne die schwere Holzplanke einfach mal vorknallen vor die Löcher. Das kann ich nicht dem Vieh geben. Das ist blöd. Warum kann ich den Süßkram nicht dem Vieh geben? Ja, für dich. Das ist doch blöd. Was kann ich dem denn noch geben? Das nicht... Gibt dem Vieh diese Armkörner. Nö, warum? Die Tafel. Den Hammer. Hm. Mit dem Brett können wir wirklich nichts machen hier drin, oder? Was haben wir jetzt davon, dass die Hand hier drin steckt und wir quasi von allen Seiten da, äh... Also, dass Nate halt frei ist. Da kann man wirklich nichts machen. Och nee, der soll seine Ohren eigentlich behalten. Nee, setzt mal wieder auf. Fand ich besser. Ähm. Hallo? Na, jetzt. Wie kriegen wir das da hin? Ein Loch in der Wand. Schwere Holzplanke. Ich hab keine Ahnung. Was können wir dem Vieh denn noch alles geben? An Sachen. Notizbuch. Ah, das können wir dem mal geben. Vielleicht hilft es da drinne. Das Vieh kann mit Büchern nicht viel anfangen. Dann halt nicht. Das geht auch nicht. Hammer. Warum auch immer. Hier. Das können wir alles nicht benutzen hier. Warum können wir dem nicht den Süßkram geben? Ich hab Hoffnung. Der isst die einfach so auf. Der schluckt die einfach runter. Nein, das Vieh hat es nicht. Hm, das pudere das Vieh ein. Nicht, dass es keinen Spaß machen würde. Ja. Jetzt nicht. Das heißt, wir haben gar nicht mehr Möglichkeiten hier, ne? Irgendwas muss ich hier drinne ja machen können. Und irgendwas muss das... Nimm den Meißel. Kann er da nicht nochmal irgendwie zurückgehen und da hinten auf die andere Seite und dann den Meißel nehmen vielleicht? Betragst du den eingeklemmten Meißel? Hm. Da bewegt sich gar nichts mehr. Die Spitze des Meißels klemmt zwischen dem Boden und dem zuvor beweglichen Säulenstück. Da bewegt sich... Hm. Was haben wir denn davon? Das wird... Hm. Das hab ich noch nicht so ganz verstanden jetzt hier. falls man das nicht merken könnte. So, Vieh, du gehst da nochmal rein, bitte. Da, klick. Schneller, mach hinne. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man dann wirklich an solche Stellen kommt, wo man eigentlich... keinen blassen Schimmer hat, wie es weitergehen könnte. Ich gehe halt einfach auch mal davon aus, dass wir hier weitermachen müssen. Weil an den anderen Stellen sah das nicht wirklich dann aus. Löcher in der Wand. Hm. Was macht das kleine Loch in der Wand? Ich hab... Ich hab keine Ahnung. Hm. Im Prinzip... Naja. Irgendwie muss es ja weitergehen. Ach, wir können den Meißel wieder mitnehmen. Aber soll das Vieh den Meißel haben? Hat er den jetzt? Nee, der hat den nicht. Können wir das vielleicht damit draufhauen? Nee. Gib mir den Hammer. Jetzt können wir da selbst mit zur Seite gehen. Ja, ist ja gut. Aber er kann das nicht wegschieben, ne? Die Kugel. Und zack. Okay, okay. Okay, okay. Hm, 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 hm. Tja, da sag mir einmal, einmal einer wäre, wie das hier weitergeht. Das wäre mal total nett. Wo ich schon keine Ahnung habe. Können wir den... Den Affen mit Süßigkeiten vollstopfen ist auch, glaube ich, nicht richtig, ne? Ich versuche nochmal hier auch was anderes zu machen. Mortimer haben wir... Nee, hier ist die Mumie. Die heißt ja nicht Mortimer. Die haben wir jetzt da unten gelassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir die immer dabei haben. Das ist doch eigentlich... So wirklich hilfreich ist es nicht. Füttere den Hippo. Aber die haben die noch nicht mit Süßigkeiten. Möchtest du vielleicht etwas von diesen Süßigkeiten? Yeses. Da hat aber jemand einen süßen Zahn. Mehr habe ich nicht. Wie mehr hast du nicht? Natürlich hast du mehr. Auf Tugator gibt es einen ganzen Haufen von diesen Leckereien. Den solltest du dir mal anschauen, wenn die mehr da sind. Dann fliegen wir ja jetzt nochmal hin, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Auf geht's. Das viel kommt mit. Äh, Tugator. Leinen los. Ja. Auch andere Sachen noch los. So, kann das Viech mal mitkommen hier? Hä? Da drüben vor dem Palast warten noch etwa zwei Zentner von diesen ungesunden Leckereien auf dich. Ja? Ja, flieg hin. Aber... Denk daran, nicht alles auf einmal. Oh, der Fikur guckt immer so lustig. Müssen wir selbst nochmal hin. Vielleicht hilft es ja bei dem Appen. Äh. Erstmal angucken. Was hast du gemacht, Kleine? Na? Du hast das ganze Zeug? Wie ist das überhaupt? Ich meine, irgendwo muss das doch auch alles bleiben. Aber es ist doch noch da. Und irgendwas scheint hier... Achso, das hat seine Klamotten abgelegt. Oh. Entschuldigung. Ähm. Ich bin mir ja nicht sicher, ob das wirklich so sinnvoll ist. Das ist der größte, gewaltigste und glitzerndste Dunghaufen, den ich jemals gesehen habe. Das sah ein bisschen bescheuert aus. Ja, ähm. Gut. Nimm zwei ordentliche Handvoll Dung. Das sind Süßigkeiten. Was soll da passieren? Das ist... So werden Marshmallows hergestellt. Stell dich nicht an. Ist noch warm. Ja, siehste. Das sieht so blöd aus. Ah, wie kommt man auf sowas? Zwei Handvoll Hippo Dung. Können wir dem jetzt um die Ohren hauen? Ne. Äh. Vielleicht können wir das ja in die Pyramide spielen. Mal so als Idee. Die Kleine hat nicht nur einen gesegneten Appetit, sie hat auch eine fantastische Verdauung. Ich mag das viel. Ich meine, es ist zwar... Es ist zwar so mit das Kitschigste, was es geben kann, aber... Es ist schon durchaus lustig. Ähm. Geht zu Mary. Die Kleine hat... Ähm. Da kommen wir nicht rein, ne? Sie sind ziemlich... Ja, ich würde noch mal... Ich würde tatsächlich noch mal... Ich würde mal zumindest mal gucken, ob ich dem Vieh das geben kann. Gib dem Vieh den Hippo Dung. Wahrscheinlich würde sich das auch sehr freuen. Ich finde, du solltest den Hippo Greifen Dung tragen. Glaubt du es denn? Doch, das ist von entscheidender Bedeutung. Ich habe einen Plan. Fudo! Das Problem ist, dass sein Inventar ja in seinem Mund ist. Das heißt... Jiiiii... Ähm... Uncool. Achso, wir können auch einfach hier drüber... Ich wäre jetzt nicht gern das Vieh. Dein ganzer Quatsch im Mund haben. Wobei... Es ist halt süß, aber es ist trotzdem schon mal verdauert. Es geht ums Prinzip. So, ich hoffe jetzt mal, dass das Vieh jetzt hier die Löcher verschmieren kann. So... Wir sollen schon nichts machen können hier. Und... Äh... Das wird damit vielleicht... Nein, verdammt. Ich hätte mal... Ich... Warum nicht? Aber er hatte einen Plan. Was für einen Plan hat er dann? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Warum müsste das Vieh, das sie jetzt hier tragen? Untertitelung. BR 2018